In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Kleinkinder zu Hause beschäftigen kannst und gleichzeitig deine Hausaufgaben erledigen kannst. Diese Übungen fördern die Feinmotorik, Entwicklung der Sinne und die Koordination der Kinder. Und dies habe ich mit meinen beiden Kindern ausgiebig getestet und ich bin einfach begeistert von diesen Übungen, die super simpel sind und gleichzeitig haben einen großartigen Effekt auf die Kinder. Dieses Video ist ein Teil der Videoreile Montessori Step by Step, wo ich praktische Tipps und Empfehlungen teile, wie du mit Montessori zu Hause einfach und schnell anfangen kannst. Nachdem wir im ersten Schritt die vorbereitete Umgebung geschaffen haben, empfehle ich in dem zweiten Schritt diese Übungen, die ich in diesem Video jetzt erwähne, einzuführen. In der Montessori-Pädagogik nennt man das Übungen des praktischen Lebens. Das sind die Übungen, die für uns Erwachsene eigentlich alternd sind und die unsere Kinder von Tag zu Tag beobachten, wie wir das machen. Für die Kleinkinder kann man diese Tätigkeiten in zwei Kategorien unterteilen. Erste Kategorie ist Pflege der eigenen Person und zweite Kategorie ist Pflege der Umgebung. Hände waschen. Hände waschen könnte bereits dem Kind zeigen, wo das Kind fest an den Beinen steht. Es muss noch nicht laufen können, aber es muss schon fest auf seinen Beinen stehen, so dass er die zwei Hände frei haben kann. Dafür bräuchtet ihr einen Hocker oder irgendwas, eine Erhöhung, wo das Kind an das Wasser herankommen kann. Wir haben einen Ikea-Hocker, was super für diese Zwecke passt. Andreas kommt sehr gut an das Wasser dran. Andreas kann selbstständig Wasserhahn aufmachen und seine Hände waschen. Zeigt eurem Kind, wie ihr die Hände wäscht und das ist die beste Methode, dem Kind etwas beizubringen. Dann bietet es dem Kind an, selbstständig zu probieren. Mit ein paar Mal, mit ein paar Übungen wird das Kind besser und besser und schon kann euer Kind die Hände selbstständig waschen und nach dem Waschen könnt ihr dem Kind zeigen, wie ihr das Kind die Hände mit dem Handtuch abtrocknet. Zähneputzen Zähneputzen ist eine Übung zur Pflege der eigenen Person. Das könnt ihr bereits einem sechs Monate alten Baby zeigen. Erlaubt eurem Baby die Zähne selbstständig zu putzen. Gebt dem Baby die Zahnbürste in die Hand und zeigt dem Baby. Am besten macht er das einfach gleichzeitig mit dem Baby. Ihr putzt eure Zähne und das Baby versucht euch nachzuahmen und seine Zähne zu putzen. Nachdem das Baby Zähne geputzt hat, dann dürft ihr die Zähne natürlich nachputzen. Aber erlaubt eurem Baby als erstes anzufangen und am Anfang die Zähne selbstständig zu putzen. Mit der Zeit werden sie besser und besser und später, wenn sie besser malen können und den Stift besser in der Hand halten können und vielleicht sogar Kreiselbewegungen auf dem Papier malen können, können sie auch entsprechend besser ihre Zähne putzen. Bis dahin ist es natürlich ein langer Weg, aber ihr könnt täglich üben. Das ist eine tolle Übung, dem kleinen Kind die Möglichkeit zu geben, seine eigene Kleidung selbstständig auszusuchen. Das fördert seine Unabhängigkeit, seine Selbstständigkeit. Es hat ein Gefühl, dass er eine Verantwortung trägt, was genau es heute anzieht und das ist eine eigenständige Entscheidung. Um das Kind nicht zu verwirren, bietet ihm nur zwei Alternativen an. Wir machen das so, dass wir das auf dem Boden auslegen. Ich lege diese Outfits auf dem Boden aus und Andreas darf entscheiden, was er heute anziehen möchte. Manchmal geht er an den Schrank ran und macht die Türen auf und sucht sie sich was aus. Wobei das ist noch ein bisschen holprig, weil da sind die Outfits nicht zusammengestellt. Und für ihn in dem Alter ist es noch nicht so einfach zu sagen, ich brauche nur ein T-Shirt und eine Shorts. Manchmal sucht er sich zwei T-Shirts aus, was nicht möglich ist, gleichzeitig zu tragen. Deswegen empfehle ich, fertige Outfits zusammenzustellen und dem Kind diese zwei Alternativen anzubieten. Animiert eure Kinder, sich selbstständig anzuziehen. Natürlich zeigt er eurem Kind, wie er sich anzieht. Zuerst kommt eine Hand, dann kommt zweite Hand, dann kommt der Kopf und versucht dem Kind so viele Möglichkeiten zu bieten wie möglich, dass er selbstständig versucht, sich anzuziehen. In diesem Alter ist es natürlich noch ziemlich holprig, aber vielleicht beim Ausziehen können sie bereits einiges machen. Zum Beispiel Socken ausziehen, das ist, glaube ich, auch ein perfektes Alter dafür, zu üben, Socken selbstständig auszuziehen und zu dem Wäschekorb zu bringen. Eine weitere Aufgabe und Übung, was ihr täglich mit eurem Kleinkind üben könnt, ist Tischdecken. Um diese Aufgabe zu machen, braucht ein Kind Zugang zu seinem Geschirr. Deswegen empfehle ich, eine Schublade auf dem Niveau des Kindes einzurichten, wo das Kind selbstständig sein Geschirr nehmen kann und zum Tisch bringen kann. Am besten zeigt er das immer, dass ihr den Teller mit zwei Händen nehmt, so dass das Kind auch das nachahmen kann. Dann kommt Löffel, Gabel, Glas und sonstige Sachen, was man sonst benötigt, um zu essen. Das zeigt er dem Kind mehrmals und so kann das Kind sich Schritt für Schritt verbessern und üben. Und das Tolle an diesen Übungen des praktischen Lebens ist, dass diese Übungen sind wiederkehrende Übungen, die wir täglich machen und beim Tischdecken machen wir das mindestens dreimal am Tag. Und da hat das Kind mehrere Möglichkeiten am Tag zu üben. Wenn ihr das noch nicht eingeführt habt, würde ich empfehlen, im Alter zwischen dem 12. und 18. Monat dem Kind zu zeigen, wie das Kind vom Glas bringt. Das zeigt er genauso wie mit dem Teller. Ihr nehmt das Glas mit zwei Händen. Ihr erläutert gar nichts. Also im Prinzip das Einzige, was er tut, ihr zeigt es dem Kind. Dann nehmt ihr das Glas mit zwei Händen und hebt es ganz vorsichtig von dem Tisch ab und zeigt einfach dem Kind, wie es vorsichtig aus dem Glas trinken kann. Am Anfang bräuchtet euer Kind natürlich ein bisschen Unterstützung. Läst eure Hand nicht weit weg von dem Glas des Kindes. Ihr könnt das Glas einfach von unten etwas absichern, falls euer Kind das Glas runterwirft oder das Glas umkippt und so weiter. Eine Empfehlung ist, ein Glas in der Größe anzuschaffen, was für die Kinderhände passend ist. Ich habe hier Ikea Schottbecher, die sind perfekt für die kleine Hände und wenn ihr damit anfängt, empfehle ich, die zu nutzen. Am Anfang empfehle ich nur, ein bisschen Wasser in das Glas einzuschenken. Wirklich, es muss ein Drittel vom Glas gefüllt sein, aber nicht mehr. Damit das Glas nicht zu schwer wird und b, damit, wenn das Kind das ausschüttet, ist es nicht so viel Arbeit für euch. Deswegen empfehle ich, wenn das Kind erst anfängt zu üben, aus dem Glas zu trinken, wenig Wasser und entsprechend ein bisschen Unterstützung eurerseits. Wenn ihr eurem Kind noch kein Besteck eingeführt habt, ist es auch ein perfekter Zeitpunkt, dem Kind zu zeigen, wie man mit dem Besteck isst. Gebt ihr eurem Kind Löffel, gebt eurem Kind Gabel, zeigt eurem Kind, wie das mit Gabel und Löffel essen kann und ihr werdet staunen, wie schnell das Kleinkind das lernen kann. Wenn ihr mit der Mahlzeit fertig seid, kann euer Kleinkind den Tisch aufräumen. Dafür bräuchtet ihr kleine Lappen. Ich würde empfehlen, dir Lappen zuzuschneiden. Wenn der Lappen viel zu groß ist, ist es unpraktisch für das Kleinkind. Zeigt eurem Kind, wie er den Tisch sauber machen kann. Am besten zeigt er Bewegungen von oben nach unten. Manchmal machen sie nach, was sie sehen und wenn die Mama hin und her wischt, dann machen sie das genauso, wie ihr jetzt in diesem Video seht. Und diese Übung könnt ihr natürlich auch nach jeder Mahlzeit üben. Erwartet nicht von eurem Kleinkind, dass euer Kleinkind das perfekt macht. Es geht hier nicht um die Perfektion, es geht hier um die Übung an sich, um den Willen des Kindes, diese Übung zu machen und einfach um die Koordination der Bewegungen. Das Kind wird besser und besser von Tag zu Tag. Es geht hier um den Prozess und nicht um das Ergebnis. Wenn euer Kleinkind Interesse hat zu sehen, was genau er da macht, was er so schneidet oder in der Küche kocht, dann könnt ihr das Kind auch in diese Tätigkeiten involvieren. In dem Alter empfehle ich, dem Kind etwas anzubieten, wo es zum Beispiel rühren kann oder Ei aufschlagen kann oder irgendwas waschen. Die Kinder lieben in diesem Alter mit dem Wasser zu spielen und das ist eine perfekte Möglichkeit, dem Kind eine Aufgabe zu geben. Wasch bitte diese Tomaten. So kann das Kind auch zum Abendessen, zur Vorbereitung des Abendessens beitragen und gleichzeitig sammelt es Wassererfahrungen und sensorische Erfahrungen. Dafür bräuchtet ihr irgendwas einer Erhöhung, wo das Kind an die Küchenfläche drankommen kann. Wir haben einen Montessori Learning Tower, das haben wir selber gebaut, aus Ikea-Stühlen. Tolle Übung in diesem Alter, Geschirrspüler aus- und einräumen. Wahrscheinlich habt ihr selber gewerkt, dass ihr Kind immer helfen will, wenn ihr Geschirrspülmaschine ausräumt und erlaubt einfach eurem Kind mitzuhelfen. Natürlich müsst ihr zuerst die Messer und scharfe Gegenstände entfernen, sodass das Kind keinen Gefahren ausgesetzt ist, sich zu verletzen. Ansonsten ist es eine perfekte Möglichkeit für das Kind seiner Koordination zu verbessern, die Teller zu dem richtigen Platz zu bringen und euch zu helfen. Euer Kleinkind wird richtig glücklich sein, wenn es bei der Aufgabe mithelfen darf. Die nächste perfekte Übung ist die Waschmaschine Be- und Entladen. Vor allem die Kinder haben gerade die Größe, die passend für die Waschmaschine ist und die können euch natürlich helfen, die Wäsche in die Waschmaschine zu beladen und entsprechend, wenn das fertig ist, dann aus der Waschmaschine rauszuholen, eventuell in den Trockner zu stecken oder aufhängen oder beziehungsweise euch geben, damit ihr die Wäsche aufhängen könnt. Integriert eure Kinder überall, wo ihr hingeht und was ihr gerade macht. Vor allem bei euren Hausaufgabtätigkeiten sind sie gerne dabei, sie beobachten euch sehr gerne und die sind einfach glücklich, wenn sie mithelfen können. Nächste Übung ist Boden kehren. Genauso, wenn ihr fertig mit der Mahlzeit seid, könnt ihr nicht nur den Tisch wischen, sondern auch den Boden kehren. Vor allem dort, wo das Baby, das Kleinkind gegessen hat, ist es bestimmt einiges auf dem Boden und dafür bräuchte ich einen kleinen Besen oder etwas, ja, etwas Kleines, dass das Kind das bequem in die Hand nehmen kann und versuchen kann, ich sage jetzt nur versuchen, den Boden zu kehren. Erwartet nicht, dass das Kind alle Krümel aufsammelt. Diese Übung braucht ganz viel Wiederholung. Das ist auch eine sehr komplizierte Aufgabe, weil man zwei Hände gleichzeitig koordinieren muss, was für ein Kleinkind noch sehr schwierig ist. Aber das Kind versucht und wie ich vorher erwähnt habe, es geht hier nicht um das Ergebnis, sondern einfach um den ganzen Prozess, um diese Übung an sich. Zweite Möglichkeit ist, den Boden nass zu wischen. Ich empfehle euch auch zu putzen, nur in der Zeit, wo das Kind nicht schläft, wo das Kind sieht, was ihr gerade macht, wie ihr zu Hause sauber macht, wie ihr euer Haus pflegt, weil das Kind muss natürlich auch verstehen und beobachten, wie das überhaupt sauber wird, wie kümmern wir uns um unsere Umgebung. Deswegen putze gerade in der Zeit, wo das Kind wach ist und ermutige das Kind mitzuhelfen. Deswegen bräuchte man natürlich wiederum irgendwas in seiner Größe. Es kann aber auch ein Lappen sein. Du kannst dem Kind auch Bodenwischlappen geben, womit das Kind den Boden sauber machen kann. Wir haben hier dieses Set aus Beleda, was auch Bodenwischer dabei hat und einen kleinen Eimer. Perfekt für die Größe des Kindes. Natürlich wird es auch kein perfektes Ergebnis sein, aber die haben Spaß und sie machen die gleichen Sachen, was Mama macht und sie haben ein Gefühl, dass sie zu unseren gemeinsamen Aufgaben, was wir so im Alltag haben, beitragen. Pflanzenwissen ist eine perfekte Übung. Die Kinder lieben es, mit dem Wasser zu spielen. Die Kinder lieben es, alle Aktivitäten, was Wasser involviert. Da werden sie sich einfach freuen, da mitmachen zu dürfen und ihr könnt eurem Kind eine kleine Gießkanne anbieten. Mit dieser Gießkanne kann das Kind die Pflanzen gießen, sei es Pflanzen zu Hause, in eurer Wohnung, in eurem Haus oder draußen helfen sie auch ganz gerne. Vor allem jetzt in dem Sommer könnt ihr eure Kinder bei den Gartenarbeiten involvieren. und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, im Garten helfen. Was können sie machen? Aus Blumen gießen können sie auch vielleicht ernten, je nachdem, was ihr im Garten habt, ob ihr vielleicht auch, wie wir, Tomaten habt. Wir haben eine Menge dieses Jahr und es muss täglich geerntet werden. Und wir hatten auch Karotten gehabt. Das haben die Kinder auch geliebt, die rauszuholen aus der Erde. Vor allem haben die Kinder geholfen, diese Karotten und Salat und Tomaten zu pflanzen. Von daher ist es eine tolle Gelegenheit, dem Kind zu zeigen, wie unser Essen wächst. Und sie freuen sich natürlich jetzt zu helfen, dieses Essen zu ernten. und sie wissen, woher die Tomaten stammen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen bekommen, was ihr mit eurem Kleinkind zu Hause machen könnt. Es muss nicht immer gleich Spielsachen sein und mit dem Kind immer da sitzen und spielen, sondern man kann das Kind genauso in die eigenen Hausaufgaben involvieren. Und die Kinder profitieren davon, auf jeden Fall. Sie werden selbstständiger, unabhängiger. Sie haben ein Gefühl, dass sie beigetragen haben. Sie üben ihre Feinmotorik, Koordination und so weiter. Und du als Mama kannst auch in dieser Zeit die Aufgaben erledigen, die du so hast. Wenn du Fragen hast oder andere Ideen hast, wo dein Kind gerne zu Hause helfen kann, schreib das bitte in die Kommentare. Abonnier meinen Kanal, falls du noch kein Abonnent bist. Drück auf das Glöckchen und falls dir das Video gefallen hat, drück mir die Daumen hoch. Das hilft meinem Kanal, sich weiter zu entwickeln. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.